Es gibt ein Schloss, das ihr alle kennt, weil es so einzigartig und wunderbar ist. Und was es so außergewöhnlich macht, liegt hinter diesen Türen verborgen. Eine Welt voller zauberhafter Abenteuer, voller es war einmal und sie leben glücklich bis an ihr Ende. Dieses Schloss ist kein gewöhnliches Schloss, oh nein, es ist ein magisches Schloss. Es ist ein Märchenbuchschloss, ein Schloss voll mit Geschichten. Und sie sind alle enthalten in einem ganz besonderen Buch, einem Buch voller bezaubernder Geschichten. Und sie sind alle enthalten in einem grande Schmerzen. Und hier ist ein Manyakles Schloss, und sie sind alle enthalten in einem bomben Blumen Hallo. Schon dann, du musst du mit einem aus uns